Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu dem ersten E-Seminar in der Gemeinde Gottesdieningen. Und vielleicht wird auch noch ein weiteres folgen, mit nur vielleicht sehr wahrscheinlich, gell? Es ist so viel Stoff für an einem Abend. Weil wir freuen uns über jeden, der gekommen ist. Hätten zwar noch mehr dürfen sein, aber ich denke, das ist gut so, so wie wir hier sitzen. Und ich denke auch, dass wir eine gute Zeit miteinander verbringen, wo wir Freude haben miteinander, wo wir Freudiges und Ernsthaftes hören werden. Und am Anschluss nachher, wenn wir alles durchhaben, dann laufen wir weg, dann bleiben wir noch ein bisschen zusammen, reden miteinander und haben Gemeinschaft. Ganz zu Anfang möchte ich uns ein Bibelwort vorlesen, denn das Wort des Herrn heißt, es soll immer da in unserem Munde sein. Und der Bibelfers steht in Sprüche 14, 2 Wer den Herrn fürchtet, der wandelt auf rechter Bahn. Wer ihn aber verachtet, der geht auf Abwägen. Diese Aussage gilt für alle Bereiche in unserem Leben. Es geht einfach immer wieder darum, die Gesetze und Weisungen, die der Herr uns gegeben hat, im Gehorsam immer wieder zu befolgen. Auch in Bezug auf die Ehe gibt es viele Weisungen, die gut sind zu tun, um eine harmonische Ehe aus Gottes Sicht führen zu können. Und dieser Abend wird uns Aufschlussreiches aus Gottes Wort über die Ehe vermitteln. Ich hoffe es doch. Bevor wir beginnen, möchte ich zuerst aber noch ein Gebet sprechen. Und nach dem Gebet wollen wir zwei Lieder zu Gott bringen. Drei Lieder sogar, nicht nur zwei, drei. Und wir müssen uns wirklich auch bewusst sein, dass wir den Abend hier nicht ohne den Herrn gestalten möchten. Dass einfach von ihm die Hilfe kommt und dass ihm einfach Dank und Ehre gebührt. Und er soll nicht ausgeschlossen sein, er soll hier in der Mitte bei uns sein. Amen. Ich will einzeln in sein Tor, mit vielen Herzen voller Dank. Ich will grüßen in den Pfund mit Bein. Denn nicht bald sind, ist der Tag in der Hölle gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Ich will einzeln in sein Tor, mit vielen Herzen voller Dank. Ich will grüßen in den Pfund mit Bein. Denn ich weiß, ist der Tag in der Hölle gemacht. Ich will mich freuen, er hat mich froh gemacht. Er hat mich froh gemacht, er hat mich froh gemacht. Du bist der Herr, der mein Hau, der hilft Du bist die Kraft, die mein Herz belebt Du bist die Stimme, die mich ruft Du gibst mir Rückenwind Du bist der Herr, der mein Hau, der hilft Du bist die Kraft, die mein Herz belebt Du bist die Stimme, die mich ruft Du gibst mir Rückenwind Du blühst mir der Vertrauen ein Treibst meine Ängste aus Du glaubst an mich, trafst mir was zu Und vorst mich heraus Deine Liebe ist ein Wasserfall Auf meinem wüsten Sand Und wenn ich mir nicht sicher bin Führt mich deine Hand Du bist der Herr, der mein Hau, der hilft Du bist die Kraft, die mein Herz belebt Du bist die Stimme, die mich ruft Du gibst mir Rückenwind Du bist der Herr, der mein Hau, der hilft Du bist die Kraft, die mein Herz belebt Du bist die Stimme, die mich ruft Du gibst mir Rückenwind Wind ist der Herr, der weh in meinem Leben Geist ist der Herr, fach mein Feuer an Wind ist der Herr, du hast mir Kraft gegeben Geist ist der Herr, der mein Hau, der hilft Du bist die Kraft, die mein Herz belebt Du bist die Stimme, die mich ruft Du gibst mir Rückenwind Du gibst mir Rückenwind Du bist der Herr, der mein Hau, der hilft Du bist die Kraft, die mein Herz belebt Du bist die Stimme, die mich ruft Du gibst mir Rückenwind Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Unser Gott ist ein mächtiger Gott, der Herr vom Himmel herab Sie treibt bei Liebe und Kraft Unser Gott ist ein mächtiger Gott Unser Gott ist ein mächtiger Gott Der Herr vom Himmel herab Sie treibt bei Liebe und Kraft Unser Gott ist ein mächtiger Gott Unser Gott ist ein mächtiger Gott Der Herr vom Himmel herab Sie treibt bei Liebe und Kraft Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Herr, Herr, vom Himmel herab die Freizeit, Liebe und Kraft. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Amen. In den Platz nehmen. Recht herzlich willkommen. Freut mich also für jeder, der heute Abend hier ist. Vielen Dank für euer Vertrauen, dass er auch vielleicht in mich setzt, obwohl ich kein Psychologe oder Pädagoge oder Eheberater oder sonst was bin, sondern nur ein kleiner Mann, der eine Liebe zu Gottes Wort hat. Und besonderen Dank will ich an unsere älteren Ehepaare, hier wieder Richard und Agnes, Serge und Waltraud, dass er euch das einfach noch zumutet, hier zum Ehe-Seminar zu kommen. Oder Ursula, ja, oder Anna. Wir haben auch hoffentlich noch die Gelegenheit von unseren älteren Ehepaaren zu profitieren, dass sie uns von ihrem Erfahrungsschatz und von ihren Rezepten für die Ehe so ein bisschen was weitergeben können. Ich selbst bin eigentlich dauernd ein Greenhorn. So ein Jahr, in 13 Ehejahre, habe ich ja schon vom Bokel hören. In 19 Jahren sind wir zusammen. Fünfeinhalb Jahre haben wir gebraucht, bis wir mal auf das Schiff der Ehe gegangen sind. Weil die Ehe war für mich immer so was Kritisches. Also ein bisschen was mit Gefangenschaft und Freiheitsberaubung hat das für mich zu tun gehabt. Und den Ehering hat ich gesehen wie so ein Fangeisen. Aber das hat sich mittlerweile geändert. Ich muss auch sagen, damals war ich noch kein Bibelgläubiger Christ. Und von daher hat sich die Einstellung grundlegend geändert. Und ich würde heute immer wieder meiner Frau heiraten gehen. Und ein bisschen fruchtbar waren wir auch schon. Drei Kinder haben wir. Drei Töchter, sehr lebendig. Von ihnen durften wir auch schon lernen, ein bisschen über Erziehung. Und auch von ihnen, von ihrem kindlichen Glauben konnten wir schon ein bisschen was lernen. Denn Kinder haben dort oft den Erwachsenen etwas voraus. Und sie nehmen den Glauben so, wie sie ihn erzählt bekommen. Und fragen nicht rum und drucken nicht lang rum. Sie nehmen es so, wie wir es ihnen übermitteln. Wie wir es ihnen erzählen. Aber jetzt zu unserem ältesten Ehepaar hier. Das hier zusammen ist. Das ist sehr wahrscheinlich der Richard und Angles. Und wir haben für euch ein kleines Geschenk. Kommt bitte nach vorne. Und es wäre auch schön, wenn ihr uns ein paar Grußworte übermitteln würdet. Stefanie, gehst du bitte die Blumen holen. Richard und Angles, komm bitte nach vorne. Und vielleicht hast du was für uns. Oder geht hier ein Mikrofon. Vielleicht geht das an Wessner. Dass ich hier vorne stehe. Ja, ich habe... Dankeschön für das Vertrauen. Ich habe mir sagen lassen, dass es im Himmelreich zwei Türen gibt. Auf der einen steht, hier gehen alle Männer hindurch, die ihr ganzes Leben nur gemacht haben, was ihre Frau gesagt hat. Und auf der anderen Tür steht, hier gehen die Männer hindurch, die in Eigenverantwortlichkeit auch mal die Richtung angegeben haben und entschieden haben, was in der Ehe zu passieren hat. Und interessanterweise an der Tür, wo stand, hier gehen alle die hindurch, die immer nur machen, was ihre Frau sagt. Aber eine riesige Männerschlange. Unendlich Schlange. Und an der Tür, wo steht, hier stehen die Männer, die in Eigenverantwortung ihre Verantwortlichkeit erkannt haben und auch mal selbst entschieden haben. Und da stand nur so kleines mit griechischen Männchen. Und da geht der Petrus zu dem und er sagt, hier mal her, wie kommt das dann, dass du ganz allein an der Tür stehst? Dass der da... Ich weiß auch nicht, meine Frau hat gesagt, stell dich mal da hin. Wie schön. Wir haben, ob wir es wahrhaben oder nicht, wir haben schon die Verantwortung von dem Herrn. Wenn jetzt hier steht, in einer guten Ehe, komm, stell dich doch nicht, also komm doch ein bisschen näher an. Geben im Beinstand. Wenn hier steht, in einer guten Ehe ist wohl das Haupt der Mann. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seine Leib erlöst hat. Dann heißt das schon nicht, das ist meine Sklavin und ich darf über die bestimmen, so wie es mir gefällt. Das wäre ja total, das wäre ja verheerend sowas. Sondern das heißt, ich habe die Verantwortung. Und wenn es kaputt geht, unser Verhältnis kaputt geht, dann werde der Herr erst mich fragen. Bevor er meine Frau fragt, fragt er mich, weil ich die Verantwortung vor dem Heiland habe. Und da kann ich mich nicht vorbeidrücken. Und das geht uns allen unter. Das ist die Gnade, die der Herr uns gegeben hat. Wir Männer müssen entscheiden. Wir Männer werden gefragt vom Heiland, ob es richtig ist. Und wenn ich meine Frau degradiere, dann gehe ich total daneben. Wenn ich meine Frau herabsetze oder als meine Sklavin hole, will, wenn ich sie als mein privates Eigentum ansehe, das meines, mit dem ich machen kann, wenn ich will. Ich darf sie nur als Geschenk ansehen. Eines Tages stehe ich vor dem Herrn und er wird mich fragen, was hast du mit dieser Frau gemacht, die ich dir leihweise für eine gewisse Lebenszelle in die Hand gegeben habe. Was hast du mit ihr gemacht, wird er sagen. Und dann wird er mich zur Verantwortung ziehen, ob ich sie dahin geführt habe, wo der Herr mich haben will. Wo der Herr uns beide haben will. Denn an eines will ich erinnern. Wenn geschrieben steht, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, dann meint der Herr nicht nur den Adam allein oder nicht nur einen Menschen, sondern sein Bild, das ihm gleich ist, das ist die beiden. Die beiden miteinander schaffen es, Gott gleich zu sein. Der Einzelne hat es sehr schwer, Gott gleich zu sein. Der Einzelne hat es schwer. Aber zwei miteinander. Lasst uns Menschen machen. Das Bild sind eigentlich zwei. Das Bild, das ihm gleich ist, ist eigentlich die Ehe. Das ist die Form, die der Herr sich ausgedacht hat, die ihm gleich sein kann und die sein Bild eigentlich auf dieser Erde verwirklichen kann. Wir sind jetzt 46 Jahre geheiratet. Mich zu heiraten, das war ein unerhörtes Risiko. Das war Leichtsinn, vor 46 Jahren mich zu heiraten. Mit einem total verfahrenen Vorstellungen und von anderen verrückten Ideen. Und mit dem Fahrrad herum und hat hinten ein Dreimiter Oberrohr und dann Feuerstrahlhüller raus und oben steht Richard Düsentrieb. Da war alles idiotisch. Und niemand hat sie gewarnt von mir. Das war ein Risiko. Unsere Ehe wäre keine Ehe im biblischen Sinn geworden. Ich strebe sie ja immer noch an. Wenn nicht der Heiland dazwischen gekommen wäre, wäre alles kaputt, ja. Jetzt könnte ich natürlich noch viel erzählen, aber sag du auch noch einmal. Ein kurzes Wort. Ich bin nicht so redegewandt wie mein Mann, aber das eine kann ich sagen, zur Ehre des Herrn. Ohne den Herrn wäre unsere Ehe nicht mehr. Sie würde schon Jahre nicht mehr bestehen. Wir hatten drei Kinder und da kam Richard zum Glauben und er hat sieben Jahre für mich gebetet und ich habe zu den Kindern gesagt, euer Vater ist verrückt, guckt, dass er fortkommt, wenn er Samstags Stühle hingestellt hat und wollte mit ihnen Bibelstunde machen. Und ich habe sie immer aufgehetzt und da sagte ich zu ihm, entweder gehst du in den Gottesdienst oder du kannst gehen. Auf jeden Fall, ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt. Und da sagte ich immer zu ihm, sagte ich, dass er das weist, wenn ich jetzt noch ein Kind kriege, ich schenke mich an den nächsten Baum auf. Und da sagt er, nee, wir kriegen keins mehr. Und dann war in Rudersberg, nicht in Rudersberg, in Grewinkel, eine Konferenz und da bin ich dann das erste Mal mit. Und da war der Atarruf, alles ist nach vorne, ich bin auch da nach vorne, um zu sehen, was los ist. Aber ich habe noch nicht gezogen. Auf einmal hat der Geist Gottes mich flach auf den Boden geschmissen. Und ich habe geweint und geweint, aber ich wusste doch nicht, was es ist. Und den Abend drauf war das Gleiche wieder. Und von da an ging es immer mehr aufwärts. Und das Jahr drauf, nachdem ich ein Jahr mit dem Herrn ging, bekamen wir noch einen Daniel. Da habe ich auch nicht mehr gesagt, ich hänge mich an den nächsten Baum auf. Und so ging, es war nicht immer so einfach, denn ich habe einen Mann, der ein bisschen extrem in manchen Sachen ist. Der Serge sagt vor kurzem noch zu mir, sagt der Agnes, weißt du noch, was der Richard dir alles heimgeschleppt hat, sagte ich, ich weiß es. Aber ich muss zur Ehre des Herrn sagen, dass wir heute eine sehr, sehr glückliche Ehe führen. Es gab Höhen und Tiefen wie überall, aber der Herr hat uns immer fest an Dachen gehabt. Aber ich muss sagen, das war der entscheidende Moment. Vorher, bevor Jesus in sein Leben kam, war das ja gar keine richtige Ehe. Ich gehe auf die Schaffe und du brauchst mir die Hemden, die Grumpierer. Und zwischendurch gehen wir mal ins Nächte. Das war ja nicht, das war ja nicht was, das war ja nicht Ehe in dem Sinn. Sondern mit Jesus kam erst die Verantwortlichkeit in unsere Familienleben hinein. Und wenn ich heute, ich will hier keine Eheberatung hergeben, aber wenn ich heute sage, nach 46 Jahren Ehe, was das stärkste Moment ist, oder das stärkste Bedürfnis ist, das größte Bedürfnis, das meine Frau in diesen 46 Jahren nie beim Namen genannt hat, aber das sie signalisiert hat, das Verlangen nach Bewahrung, nach Schutz und Geborgenheit. Und meine Frau hat viel geschafft. Von den ersten Ehetagen an hat sie Nachtschicht gemacht, zu Hause genäht mit den Füßen, um unsere Familie mit zu ernähren. Aber sie konnte all das, was sie je geleistet hat, in ihrem ganzen Leben mit mir zusammen nur tun, unter dieser Voraussetzung, ich bin beschützt und ich bin bewahrt durch meinen Mann. Und unter dieser Bewahrung, dass alles, alle anderen Bedürfnisse, die sie je in ihrem Leben gezeigt hat, die kamen all dahinter. Das Verlangen nach Schutz und nach Bewahrung durch ihren Mann, das dann immer ganz große Vordergrund. Und wenn das gegeben war, und dann hat sie die Kraft gehabt, alles das zu machen, was in den nächsten 40 Jahren an uns herangekommen ist. Wenn wir von ersten Liebe sprechen, dann kommen wir auch zum Hochzeitsfoto. Hochzeitsfoto, das wird uns eigentlich daran erinnern. Wer hat ein Hochzeitsfoto dabei? Steht eigentlich auf der Einladung hier. Bitte mitbringen die Bibel, gute Laune und Hochzeitsfoto. Günther, warst du ein Hochzeitsfoto? Daher? Okay. Auch gut. Damit wir uns erinnern können an die erste Liebe, wenn sie schon immer so ganz brennend ist, dass sie dann vielleicht auch besser wieder entflammen kann. Ich habe mir meines hier draufgeklebt auf die Einladung. So kann ich mich auch an die erste Liebe erinnern. Aber ich glaube, sie brennt immer noch. Das ist einfach auch die Frau, die Gott mir geschenkt hat. Ich darf sie als Geschenk sehen. Von Mutterleibe an hat sie Gott für mich erwählt. Und er weiß, was gut für mich ist. Wenn doch manchmal Reibereien gibt und man muss sich zusammen raufen. Aber Gott hat uns so zusammengeführt. Es war sein Wille, dass wir als Ehepaar den Weg zusammen gehen. Und zusammen können wir uns ergänzen. Wie Jesus mich liebt, so darf ich auch sie lieben. Wie er es sagt in seinem Wort. Und Jesus liebt mich bis ans Ende. Und darum darf ich meine Liebe mit hineinbringen, um sie auch bis ans Ende zu lieben. Unsere irdischen Zeit. Und danach haben wir auch bestimmt noch Gemeinschaft. Nehmen wir in der ehelichen Form, aber dann wird es wohl anders aus im Himmel. Aber es wird auch schön. Also was Gott zusammengeführt hat, das soll der Mensch nicht scheiden, steht in Gottes Wort. Und deshalb sollen wir einfach alles dafür tun, damit es nie zu einer Scheidung kommt. Wobei Scheidung in unserer Gesellschaft immer mehr als normal angesehen wird. Und nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden, lag die Scheidungsrate der 1950 geschlossenen Ehen noch bei nur 10%. Das heißt also, dass unsere Omas und Opas, die waren auch echt treu. Die waren auch wirklich treu. Aber sie ist, die Scheidungsrate ist explosiv angestiegen. Dass die letzten 25 Jahre geschlossenen Ehen auf 34% gestiegen ist. Und das Schlimme ist, die Tendenz ist immer noch weiter steigend. Und was für mich am traurigsten, die traurigste Auswirkung ist, dass 40% der Kinder leben nicht mehr bis zu ihrer Volljährigkeit in einer normalen Familie auf. 40% der Kinder haben nicht mehr Vater und Mutter und leben nicht mehr in normalen Familien auf. Und hier sind wiederum die Leidtragenden, die Kinder. Was in ihre Herzen und Seelen an Verlustschmerzen und an Verletzungen hineingesät wird, das können wir mit unserem Verstand nicht ermessen. Es sind tiefe Wunden, die in ihren Seelen gerissen sind. Allein schon der Kinder wegen kann sich so ein Eheseminar im positiven Sinne vorbeugend rentieren oder positiv auswirken. Auch christliche Familien sind von dieser katastrophalen Tendenz nicht gefeit. Auch unsere Ehen können schnell den Bach runtergehen, wie man so schön auf gut Deutsch sagt. Und wenn sie nur auf menschliche Gefühle aufgebaut sind, dann ist es sowieso schlecht. Obwohl die Gefühle auch eine wichtige Rolle spielen. Versteht mich dort bitte nicht falsch. Aber wir als gläubige Christen haben noch eine Chance, unsere Ehen bis ans Ende zu bringen. Eben weil wir uns nicht nur auf die trügerischen Begierden oder Gefühle verlassen, sondern auf das Wort Gottes. Und dort sehe ich die große Chance für uns als Christen, wenn wir uns auf Gottes Wort berufen. Und Gottes Wort hält eine Lösung für alle zwischenmenschlichen Beziehungen bereit. Es zeigt uns auf, in Konflikten und Problemen nicht den Kopf zu verlieren, sondern nüchtern und real nach seinen Anweisungen zu reagieren. Seine Anweisungen zu befolgen und danach zu handeln. Und die Konsequenz ist einfach, dass Heilung und Harmonie in unsere Beziehungen und Ehen hineinfließen. Wo Gott nur gute Absichten und das Beste für unsere Familien möchte, ist er aber auch der Widersacher, der Teufel, Satan. Und er möchte die Familien entzweien und zerstören. Satan kennt Gottes gute Absichten und er kann Gott nicht selbst angreifen. Dazu hat er einfach nicht die Stärke. Deshalb greift er Gottes Kinder an. Besonders gerne Ehen und damit Familien. Und das wirkt sich aus in einer Kettenreaktion. Eine Ehe, die erste Zelle in einer Familie zerstört wird, dann wirkt es sich auf Kinder aus und wiederum auch in die Gemeinde hinein. Es hilft uns, wenn wir sein System durchschauen. Seine Methode und Vorgehensweise ist immer noch die gleiche. Genauso wie er es bei Adam und Eva oder auch bei Jesus selbst getan hat, so versucht er es bei uns. Durch negative Haltungen, Vorurteile, will er uns zu Fehlreaktionen und Fehlhandlungen verleiten. Auch in unseren Ehen. Und die Folge ist einfach Ablehnung, Entzweihung, Trennung. Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 37 bis 47 gibt uns hier einen guten Aufschluss drüber. Durch Bewusstmachen von Gottes Wahrheiten können wir falsche Denkschämen oder Fehlhaltungen ablegen und uns die positiven Charakterzüge des Wortes Gottes anlegen. Und diese göttlichen Weisungen und Wahrheiten müssen tief in unsere Herzen fallen, damit sie dort die Frucht bringen, die Gott haben will. Wenn sie dort verankert sind, bringen sie mich in eine glückliche und harmonische Beziehung zu meiner Frau oder zu Mann, aber auch zu Kindern und allen Menschen, in denen ich in einer Beziehung stehe. Gottes Wahrheiten bringen mir fruchtbare Beziehungen. Und diese gesunde, harmonische Beziehung, glaube ich, die wollen wir alle. Zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, Eltern, Brüdern, Schwestern. Und jeder von uns sollte heute Abend mit einer positiven Haltung in dieses Seminar gekommen sein. Das heißt, wir sind hoffentlich nicht nur gekommen, damit der Ehepartner das Wort hört, damit der sich endlich mal verändert. Das wäre die total falsche Haltung. Wir sollen uns ganz persönlich für uns selbst die Anregungen herausnehmen, entnehmen und für sich selbst mit in seine Beziehung hineinzubringen. Nicht nur der Partner braucht Veränderung, sondern ich brauche Veränderung. Ich muss mich zuerst immer selbst versuchen zu verändern. Und dazu soll ich immer lernbereit sein. Und damit wir alle voneinander lernen können, bitte ich euch um eure konstruktive Mitarbeit. Das wäre schlecht, wenn ich würde euch ja nur vortragen und da würde euch vielleicht Augen zwischendurch zufallen. Deswegen bitte ich euch um eure Mitarbeit. Und die soll folgendermaßen aussehen. Und der Tod hat eben die Losungen verteilt. Und die sehen so aus. Vorne das Bild der Taube. Die Arschetaube hat einen Zweig im Mund, der der Noah gebracht hat. Und auf der linken Seite, im Innenteil, ist dann ein Zitat von verschiedenen Autoren. Auf der rechten Seite ist dann ein Bibelferst dazu. Ein oder zwei Bibelferse dazu. Und auf der Rückseite finden wir dann eine Zahl. Und die Zitate und die dazu passenden Bibelstallen sollen uns einfach das Gedankengut Gottes in Bezug zur Ehe und Beziehung bewusst machen. Und gleichzeitig soll es dem aufgerufenen Ehepartner oder wir, wer hier heute Abend da ist, die Möglichkeit geben, sich zu seinem Losungsthema zu äußern. Aber darüber hinaus auch von seinen positiven Erfahrungen zu erzählen. Auch die Erfahrungen, die ihr in der Ehe gemacht habt. Tipps, Ratschläge oder kreative Rezepte sind einfach gefragt und erwünscht. In einer kurzen und angemessenen Form. Wobei ich uns aber auf einen Grundsatz aufmerksam machen will. Ich möchte in keinster Weise Schuldzuweisungen an den Ehepartner hören. Das ist nicht recht und nicht fair, wenn wir hier Schuldzuweisungen machen an den Ehepartnern. Hier sollen wir nur das Positive herausstellen. Oder wenn du eigene Fehler willst herausstellen, dann ist das in Ordnung. Auf den eigenen Balken darf man bewusst machen, aber nicht auf den Splitter des anderen. Das sagt uns auch Gottes Wort. Und hier bitte ich einfach um Disziplin und Respekt voreinander für jeder, der hier vorne hinkommt und uns etwas zu erzählen hat. Ich habe mich natürlich auf die einzelnen Themen dieser Losung vorbereitet und werde darum noch ein ergänzendes Wort hinzufügen. Wobei ich auf schwerwiegende Themen aus dem Bereich der Ehe ausführlicher darauf eingehen werde. Es gibt viele Themen, die ganz konkret für die Ehe ausgearbeitet wurden. Zum Beispiel über faires Streiten oder Konfliktbewältigung. Auch faires Streiten kann man lernen. Kommunikation in der Ehe. Wie habe ich eine gute Kommunikation mit meinem Ehepartner? Oder über Verletzungen. Wie gehe ich damit um? Liebe und Sexualität. In der Gesellschaft. Und wie Gott sie sieht. Und geschlechtsspezifische Unterschiede. Einfach die Verschiedenheit von Mann und Frau, dass wir uns die mal vor Augen führen. Wie Gott uns doch schon so verschieden konstruiert hat. Und vielleicht noch das ein oder andere Thema mehr. Also wenn ich euch nachher aufrufe, mit Name oder Zahl, besten mit Zahl, kommt bitte nach vorne, lest uns eure Losung vor. Zuerst das Zitat und danach die Bibelstelle. Und dann darf jeder uns seine Gedanken zu seiner Losung mitteilen. Und auch vielleicht noch ein paar eigene Erfahrungen oder Ratschläge hinzufügen. Dann ist das verständlich rübergekommen. Also bitte nicht zu ausschweifen. Denken, wir haben 42 Losungen. Habe ich vorbereitet. Und ich denke, das kriegen wir sowieso nicht in einem Abend. Und ich denke, wir machen noch einen zweiten Abend. Und dann habe ich hier noch einen Ehe-TÜV mitgebracht. Ehe-TÜV. Oh, weil du lachst. Das ist eine ganz gute Angelegenheit. Das ist eine sehr interessante Erfindung. Es geht um eine Checkliste zur Ehe. Und dort stehen zwölf Fragen zur ehelichen Zufriedenheit. Und dort kannst du deine Bewertung abgeben. Deine eigene Bewertung und wie du glaubst, dass dein Partner die Frage bewertet. Hier sind vier Klammern an der Seite. Und hier kannst du deine eigene Bewertung eintragen. Und nebendran dann, wie du glaubst, wie deine Frau diese Frage bewertet. Oder dein Mann, ja, das ist egal. Und dann, ich gebe euch jedem eins und dann könnt ihr das vergleichen. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sind. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und das Wort, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. Jedes Schweigen, jedes Hören, jedes Wort hat seine Wege. Keiner widerspricht nur immer, keiner fragt mich immer. Und wir lernen, wie man streitet, was ich denn noch lieben kann. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sind. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und das Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Keiner, der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. Ob schon hat uns Gott in uns wach, Freude und vom Schmerz hat. Keiner trägt nur immer einander, keiner, der nur immer lebt. Jeder wurde schon gehofft, jeder hat schon angefasst. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sind. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und das Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Und das Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Und das Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sind. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und das Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Und das Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Da steht ein Beispiel von Leonardo da Vinci. Je größer der Mann, desto größer seine Liebe. Und dann, Epheser 5, 25, da heißt es, Ihr Männer lieben eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sie selbst für sie dahin gegeben. Amen. Ja, Liebe, das ist ein wahres Wort. Oft weiß man, theoretisch weiß man diese Dinge. Die hat man zwar, aber im Praktischen ist es nicht immer so im Leben. Und das ist auch bei mir nicht immer so. Ich muss ganz ehrlich sagen, 23 Jahre sind wir jetzt verheiratet. Bald, nächsten Monat, nächsten Monat, 23. Also, Richard, du bist doppelt so viel wie ich verheiratet. Ich habe noch ein Stück vorhin. Aber in diesen 23 Jahren, muss ich sagen, da gab es gute Zeiten, aber leider auch schlechte Zeiten. Und meine Frau hat auch in den letzten Jahren sehr viel mitgemacht. Und ich muss gestehen, ich habe das auch gesagt schon, ich habe meine Frau auch in den letzten Jahren vernahlerst. An Liebe, an Zuneigung, an Verständnis. Und es ist immer so einfach, wenn man so Probleme hat, und Schwierigkeiten und Dinge, dann wird man abgelenkt und Dinge werden einfach wichtiger, als eigentlich der Partner soll es sein. Und ich muss auch sagen, es ist auch darin, meine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und manchmal war mir die Gemeinde wichtiger. Manchmal war mir die anderen wichtiger, wie meine eigene Frau. Und das ist nicht gut. Ich habe das ja vor kurzem gesagt, ich werde mich auch noch daran erinnert, es ist nicht so einfach. Und es tut mir leid. Man kann Dinge, die man versäumt hat, kann man nicht mehr nahe holen. Das ist vertan. Es kann besser werden. Und es ist schon ein wahres Wort. Wie der Richard auch sagte, das liegt schon am Mann, die Verantwortung der Ehe und der Familie. Und es ist gar nicht so leicht, liebe Schwestern, das ist gar nicht so leicht, echt als Verantwortung zu tragen. Es tut mir leid. Manchmal tut mir leid heute. Aber Gott schickt die Hade. Und heißt es gewiss, Gott hilft. Aber Tina. Ja. Okay, Dankeschön. Gott hilft, auf jeden Fall. Und ich bin auch der Überzeugung, dass die Liebe viel von unseren Schwächen und Mängeln, Versagen und Versäumnisse zudecken kann. Und wenn man erkennt, wo man Mangel hatte, Versäumnisse hatte, Schwächen hatte, dann darf man dorthin kommen und aus diesen Schwächen und Fehlern lernen, um sie in der Zukunft besser zu machen. Denn die Bibel sagt uns auch, vergesst das, was hinter euch liegt, sondern streckt euch nach dem aus, was vorne ist. Und aus Fehlern darf man lernen und darf sie in Zukunft einfach besser machen. Dass man seine Initiative damit hineinbringt, in Zukunft die Dinge besser zu machen. Und wenn wir unseren Ehetürf miteinander durcharbeiten, dann kennen wir einfach unsere Versäumnisse. und ich denke, das ist eine gute Anregung für dann, sich etwas mehr zusammenzuraufen und etwas mehr Zeit füreinander zu holen, für Gemeinschaft, für miteinander zu reden und die Bedürfnisse, dass sie enger zusammenwachsen. Und der Maßstab ist immer die Liebe. Jesus setzt uns immer als Maßstab die Liebe an. Da werden wir einfach dran gemessen, an der Liebe. Gaben und alles wird vergehen, aber die Liebe wird bestehen bleiben. Gut. Und jetzt kommen wir zum 32. Da geht es wieder um die Liebe. Wer hat den 32? Brigitte. Oh, schön. Brigitte hat die Liebe. 32. Also, die Liebe sieht Undankbarkeit nicht an. Martin Luther schreibt das. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie duldet alles. Im 1. Korinther 13, 7. Und das hat mich auch sehr angesprochen, das Wort. Ich habe vor 34 Jahren meinen Mann wirklich aus Liebe geheiratet. Ich habe ihn wirklich geliebt. Und ich habe es damals auch sehr ernst genommen. also wie wir geheiratet hatten, also für das Leben war die Hochzeit. Bis dass der Tod uns trennt. Aber wir hatten auch viele Schwierigkeiten. und ich habe immer von meinem Mann so viel, also immer für mich alles erhofft. Aber als ich mich bekehrt habe, habe ich meine Fehler erkannt. Habe ich immer gedacht, ich habe nur an mich gedacht. Ich habe also nur gefordert. Und als ich das erkannt habe, habe ich mein Leben geändert. Und ich will meinem Mann Liebe geben und nicht mehr nur fordern. Und seitdem ist unsere Ehe viel, viel besser geworden. Und auch eine glückliche Ehe geworden. Und dafür, das kann ich wirklich sagen, dass ich Gott dafür so dankbar bin. Dankeschön, Brigitte. Ja, zur Liebe. Die Liebe sieht um Dankbarkeit nicht an. Hier will ich uns jetzt einfach ein bisschen ausführlicher was darüber erzählen. Über die Liebe sind einfach drei Aspekte der ehelischen Liebe. Liebe wird uns im griechischen Urtext viel deutlicher wiedergegeben, als in dem Deutschen erreicht. Wo man im Deutschen immer nur dieses eine Wort Liebe gebraucht, wird im griechischen Urtext so wie uns auch die Bibel das Neue Testament übermittelt ist, im griechischen drei Aspekte der ehelischen Liebe angewandt. Und somit wird die Liebe viel verständlicher. Da ist einmal Philia, die Freundesliebe. Zweitens Eros, die erotische Liebe. Und drittens, die Agabe, die göttliche Liebe. Und alle diese drei haben ihren festen Platz in der Ehe. Zur Philia, Philia heißt Freundschaft oder Kameradschaft. Und sie gehört einfach in jede Ehe hinein. Nicht nur an den Anfang einer Beziehung. Die Freundschaft zu meiner Frau muss mir einfach die wichtigste sein. Und ich darf ihr gegenüber keine andere Freundschaft höher achten, außer der Freundschaft zu Jesus Christus. wenn er ist auch mein Herr. Gemeinsamkeiten und verbindende Interessen vertiefen jede Beziehung. Und diese gemeinsamen Unternehmungen sollte man im Vorfeld miteinander suchen und bereden, damit auch beide Seiten sie für gut und angenehm empfinden. Sonst ist es vielleicht für den einen gut und der andere findet sich nur so am Rande gut dabei. Und eine Freundschaft braucht Zeit. Dass wir Gemeinsamkeiten suchen und zusammen Zeit investieren. Das zur Philia-Liebe, zur Freundesliebe. Zweitens die Eros-Liebe ist einfach der romantische Aspekt der Liebe. Und leider geht dieser romantische Aspekt der Liebe in einem Ehealltag schnell verloren. Durch die Arbeit, Stress mit den Kindern oder so viele zu erledigende Aufgaben und so weiter. Viele diese Dinge brauchen uns die Zeit für Romantik. Aber es ist dennoch möglich, auch in einem aufgabenerfüllten Alltag zu lieben und verliebt zu bleiben. Ich muss nur bereit sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch bereit sein, hier ständig zu investieren. Es gibt drei magische Wörtchen. Ich liebe dich. Und die Frauen hören das immer so gerne. Wobei wir Männer hingegen meinen, wenn wir das einmal bei der Hochzeit gesagt haben oder vielleicht noch vor der Hochzeit, dann wird das für das ganze Leben reichen. Aber die Frauen hören das so gerne und appelliere ich an die Männer, einfach diese drei magischen Wörter einfach öfters zu gebrauchen. Am besten jeden Tag. Ja, Günther. Was wir einfach noch wissen sollten, ist, Gefühle sind ein Resultat, eines Denkens und Handelns. Gefühle kann man nicht einfach so herbeirufen, aber unser Denken und Handeln können wir verändern. Manche frustrierte Ehepartner flüchten in eine Traumwelt, um gute Gefühle zu bekommen. Männer eher, um in sexuelle Fantasien auszuschweifen, Frauen hingegen eher in romantische Fantasien. Und Fernseher oder Liebesromane können uns hier in eine Scheinwelt hineinbringen, dass wir die Realität mit unserem Partner, dass sie uns zur Frustration oder zu Trauer hervorrufen in uns. Wenn man sieht, was ist faszinend, und so alles vorgaukelt in ihren Romanen und in ihren Liebesgeschichten, das ist alles ziemlich unreal, wie es eigentlich doch in der Wirklichkeit aussieht. Aber Frauen haben die Gabe, sich dort hineinzufühlen und mitzufühlen und es ist eine gefährliche Sache und hier müssen wir aufpassen. Der Teufel schläft nicht und er weiß ganz genau, wo er den Hebel ansetzt, um unsere Beziehungen zu zerstören. Und das kann ganz schleichend kommen. Tipps, die uns einfach auch hier Bewahrung schenken sollen. Einige Tipps würde ich jetzt aufzählen. Habe deinen Ehepartner mit angenehmen, positiven Gedanken vor Augen. Auch mit Bildern, wie unser Hochzeitsfoto. Da erinnert man sich immer gerne dran. Da waren wir noch jung und in der ersten Liebe und im ersten Feuer. Oder erinnere dich... ... ... ... ... Vielen Dank.